Hallo und herzlich willkommen, da bin ich wieder, der Cornel und wir spielen Isaac und wir gehen weiter und jetzt sind wir in den tiefen 1 und die tiefen 1, das ist schon ziemlich tief im Spiel. Und wir brauchen immer noch Schlüssel, das ist echt ein bisschen doof, da ist schon wieder eine Bibliothek, das ist natürlich schön, aber wir haben keinen Schlüssel. Oh, und jetzt sind wir, ey wir sind Guppi, ey wir sind so stark Leute, oder Gappi, Entschuldigung. Ja, das ist ein bisschen, ja, das Ding ist, achso, das ist der, ah, wir können das sogar würfeln, das ist auch ziemlich krass, da kommen immer ziemlich viele Items. Wow, wow, guck mal, jetzt seht ihr vielleicht, immer wenn wir schießen, kommen hier richtig viele Fliegen raus und die Fliegen machen einen unfassbaren Schaden. Das ist richtig stark, wirklich, das ist richtig stark. Und das ist in den tiefen 1 schon, das ist der Wahnsinn. Wirklich, ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie wahnsinnig krass das gerade ist. Ja, MOG, ich würde sagen, du hast keine Chance gegen mich, mein Itemlack ist wie immer unfassbar. Und, ja, ähm, bin jetzt sehr gespannt, was in dem Battle so abgegeben wird mit MOG. Wer da, das Ding ist ja, Itemlack hin oder her, in dem Battle benutzen wir den gleichen Seed. Das bedeutet, dass im Grunde jeder die gleichen Voraussetzungen hat. Durch ein paar verschiedene Dinge können sich die Läufe trotzdem ein bisschen unterscheiden. Also, man könnte andere Items bekommen, je nachdem, wie man die Items einsammelt und so. Alter, und Quatschot. Ich bin jetzt richtig overpowered. Das ist mega stark, Leute. Ich habe jetzt einen Viererschuss. Wisst ihr, alter. Alter, ich brauche meinen Würfel gar nicht. Ja, doch, der war mir auch an einigen Stellen echt wertvoll, aber ich bin so overpowered. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel Spaß dieses Spiel macht, wenn man so overpowered ist. Das leckt ein bisschen. Das ist ein bisschen schade. Ähm, aber vielleicht kann ich das auch noch ein bisschen in den Griff kriegen. Zum nächsten Mal, wobei es schwierig hier ist. Isaac ist immer so ein bisschen schwierig. Das ist immer ein bisschen am Längen. Ah. Es hat jetzt auch so viel los auf dem Bildschirm, ne? Die ganzen Fliegen, die Vier Schüsse und so weiter und so fort. Naja, naja, naja. Und da ist auch der alte Raum. Durch die Karte sehen wir den, ja? Das ist echt der Wahnsinn. Ja, Greed ist so eine der sieben Todsünden, die es hier im Spiel gibt, äh, die immer wieder auf uns lauern und uns irgendwie bestrafen wollen für unsere Sünden, aber ihr seht vielleicht daran, wie schnell wir den töten und wie kompromisslos wir den töten, dass, äh, ja, wir ziemlich stark sind. Wie gesagt, ähm, wenn ich mich mit MOG battle in dem Spiel, dann wie gesagt, item lag hin oder her. Es ist halt dann, wir haben den gleichen Seed, das bedeutet, wir haben auch die gleichen Voraussetzungen. Wir haben vor allem die gleichen Bäume, Ebenen, das heißt, es ist alles gleich quasi, so wie wenn man das gleiche Level bei Super Mario 3G dann spielen würde. Wie gesagt, es gibt ein paar kleine Unterschiede, aber im Großen und Ganzen bist du schon recht. Oh, das war, das war jetzt richtig doof. Ja, das Einzige, was uns echt noch Verhängnis, äh, zum Verhängnis werden kann, ist die Tatsache, dass, äh, ich hoffe, das sieht man jetzt nicht, muss man hier... Warte, ich bin mal ganz... Doch, dann... Warum sieht man das? Es ist eine... Ich will gerade mal ein paar Sachen schließen, ich hoffe, ich mache jetzt nichts kaputt. Oh, scheiße. Damit mein PC vielleicht nicht ganz so ausgelastet ist, wobei es eigentlich geht, aber... So, damit es halt nicht ganz so sehr leckt. Ich glaube, es könnte jetzt ein bisschen besser sein. Ja, wir gehen auf jeden Fall in den Shop, wir haben 41... Ja, Steam Sale ist so eine Sache, das macht halt die Sachen im Shop alle, äh, um 50% günstiger. Nennt sich, wie gesagt, Steam Sale... Steam... Steam Sale! Äh, ich bin am lispeln, oder? Steam Sale. So. Ähm, wie gesagt, am Steam angelehnt, aber... Aber nee, brauchen wir nicht, weil es gibt nur noch in der nächsten Ebene einen Shop. Danach gibt es keine Itemräume mehr und auch keinen Shop mehr. Und ja, es ist echt laggy, das muss ich ein bisschen stören, das tut mir leid, aber... Ach man, warum ist das so? Ich brauche einen neuen PC, Leute. Ich brauche tatsächlich einen neuen PC. Äh, ja, die Masken hier kann man nur von hinten treffen. Logischerweise macht Sinn. Schätze ich mal, das ist, glaube ich, auch Sinn macht. Die kann man nur von hinten treffen, von vorne sind sie quasi unverwundbar. So. Keine Ahnung, ob ihr das gesehen habt, wie viel Leben der gerade verloren hat oder verliert. Einfach nur wegen meines Fliegen. Wie gesagt, das ist halt das Besondere an Gappi, dass sie so viele... Also in der Katzenform, dass sie so viele Fliegen spawnen lässt. Und das ist einfach megamäßig stark. Und macht uns halt gerade auch echt ein bisschen overpowered. Aber das macht auch Spaß. Das ist immer so, dass so... Das Ziel, was man in der Eisekarte hat. Irgendwie halt so stark zu werden, dass man durchkommt. Ähm, das Problem ist, wie gesagt, wir haben gerade ein HP abbekommen, was auf jeden Fall sehr gut ist. Aber, ja, das Problem ist... Dass wir trotzdem noch ein bisschen zu wenig Leben haben, das könnte am Ende trotzdem noch mal knapp werden. Weil am Ende, die Bosse halten schon relativ viel aus. Das bedeutet dann also, das ist echt ein bisschen lang... Also die Bosskämpfe ziehen sich dann auch ein bisschen. Jetzt nicht so megakrass, aber schon ein Stückchen. Und... Ähm, ja, das Problem ist einfach... Das Problem daran ist einfach, dass... Was wollte ich jetzt sagen? Die Bosskämpfe ziehen sich ein bisschen und das ist problematisch, weil... Ja, die treffen uns dann auch relativ gut. Oder es ist schwierig, da allem auszuweichen. Und... Ich weiß echt nicht, wieso es gerade so krass... Also ich habe nicht damit gerechnet, dass es so krass lowdown-lastig ist. Ich weiß auch nicht so genau... Ja, es gibt ein paar Sachen, die ich noch umstellen kann. Das ist halt nur, die wir es vielleicht ein bisschen besser machen. Aber für dieses eine mal lassen wir es jetzt einfach so. Und ich hoffe, dass es nicht ganz so schlimm ist. Dass man sich das trotzdem angucken kann. Ähm, ja. Isaac ist halt immer so ein bisschen in die Sache. Warum ich das auch spiele und mal auf meinem Kanal zeige, ist... Weil ich das halt, wie gesagt, ich spiele es einfach sehr, sehr, sehr gerne. Isaac ist eine richtig krasse Sache, die ich sehr gerne spiele. Und es kommt hoffentlich noch dieses Jahr... Eigentlich war es, glaube ich, so angekündigt. Glaube ich. Bin ich ganz sicher, aber ich denke schon. Äh, dieses Jahr kommt noch der Nachfolger raus. Ja, quasi... Finding of Isaac 2. Als dann ein bisschen anders. Beziehungsweise, nee, es soll ein Remake sein. Aber... Äh, ja, ich kann euch im Vertrauen sagen, es ist fast eher ein zweiter Teil als ein Remake. Ähm, ich glaube, ich habe den Item... Äh, den... Ich glaube, ich habe den Itemraum schon geöffnet. Ich glaube nicht, aber... Tour of Spades. Haben wir jetzt, ne? Setzen wir mit Q ein. Übrigens die Karten verdoppeln unsere Schlüssel. Genau. Ja, jetzt die Frage. Ähm... Ich laufe nochmal zurück zum Itemraum. Ich habe den nämlich noch nicht geöffnet. Ich habe gerade überlegt, ob ich den vielleicht einfach auslasse. Weil ich schon so stark bin. Aber nein, ich laufe nochmal zurück und gucke nochmal nach. Im Shop war ich auch noch nicht. Der Shop war auch unten, oder? Wir haben übrigens gerade den, äh, Curse of Darkness-Effekt. Ihr seht es vielleicht oben. Ich habe zwar die Karte hier eingesammelt, aber... Ähm... Man sieht die Karte nicht mehr. Also es ist halt einfach so ein Verdunklungseffekt. Die Mitre, das ist so der, 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 der Papsthut, der sorgt dafür, dass mehr blaue, ähm, Herzen spawnen. Das ist etwas sehr, sehr Gutes für uns gerade, weil wir irgendwie nicht so das allergrößte Glück haben. Die Batterie. Ich weiß nicht genau, welches es ist. Ich glaube, es ist einfach nur die Batterie, die... Jetzt haben wir den... Ach, nee, das ist die. Es gibt 9 Volt und es gibt halt die Batterie. Die Batterie ist so, immer wenn wir jetzt in einem Raum sind, wo noch Gegner sind, und in diesem Raum... Und alle 10 Sekunden... Es ist voll... Es ist echt ein bisschen komisch. Wenn wir in einem Raum sind, wo ein Gegner ist, dann lädt sich unser Spacebar-Item alle 10 Sekunden um eine Aufladung auf bis maximal 3. Ich glaube, so war's. Das bedeutet, wenn wir 30 Sekunden lang in einem Raum sind, wo Gegner sind, haben wir 3 Aufladungen auf unser Spacebar-Item. Das ist ziemlich krass. Auf der anderen Seite 30 Sekunden in einem Raum. Beim Bossfight okay. Aber ansonsten ist es eigentlich eher... Ja, also so lange brauchst du in einem Raum nicht. Das hat man jetzt vielleicht gerade gesehen. Aber naja, kann nicht schaden. Vor allen Dingen beim Boss ist es eigentlich schon hilfreich. Das bedeutet, es würde vielleicht sogar Sinn machen, wenn wir uns so langsam mal eine gute Spacebar-Item suchen. Jetzt bekämpfen wir mit Mutters Fuß. Das ist für mich der schwierigste Bossfight, finde ich. Also gut, es kommen noch Isaac und Du Baby. Ich glaube, den Teufel finde ich fast einfacher als Mutters Fuß. Aber ihr seht es vielleicht. Wir sind so overpowered, dass wir einfach... Ja. Dass ich sie trotzdem einfach in alle unfassbare Stücke gerissen habe. Wir haben jetzt ein weißes Herz eingesammelt. Das weiße Herz... Wenn wir das mit in die nächste Ebene nehmen, was wir halt hiermit jetzt machen, dann verwandelt sich das in einen Herzcontainer. Und man kann das weiße Herz halt verlieren, wenn man Schaden bekommt. Deswegen sollte man das meistens immer erst am Ende einer Ebene aufsammeln. So, ihr seht eventuell an der Karte oben links, das ist ziemlich großes hier. Das liegt daran, dass wir eine XL-Ebene haben. Das bedeutet hier, wo die Ebenen sowieso schon richtig groß sind, im Utero... Ne, im Worms sind wir, im Worms ist halt quasi relativ lange die letzteste Stage. Aber wir können auch weiter, weil ich wie gesagt einen fast durchgespielten Spielstand habe. Mir fehlen auch ein paar Challenges, aber die sind halt nicht so viel Lust drauf, auf die Challenges. Ähm, ja. Die Worms ist sowieso schon relativ groß. Und... Jetzt haben wir eine XL-Ebene, das bedeutet doppelt so groß ungefähr. Vielleicht nicht ganz, aber... Ja, ist halt einfach... Na ja, ähm... Ja doch, wir haben gerade eine Pille bekommen. War es unsere erste Pille? Ich glaube schon. Die Pille haben halt auch immer irgendeinen Effekt. Wir hatten jetzt Bombs-Archie, das bedeutet unsere Bomben wurden zu Schlüsseln. Äh, unsere Schlüssel zu Bomben. Und weil wir halt 13 Bomben hatten und, äh, nur einen Schlüssel, haben wir jetzt 13 Schlüssel und eine Bombe. Das macht Sinn, ne? Äh... Ich bin jetzt auch nur dabei... Also hier gibt es nichts mehr. Das ist nicht ganz richtig. Es gibt hier einen, äh, Arcade. Also so einen Spielraum, wo man an Geräten spielen kann. Ähm... Es gibt hier, äh, jetzt hört da wieder irgendjemand Musik. Es gibt hier auch noch so Challenge-Räume oder so Opferungsräume. Aber es gibt hier keinen Itemraum mehr und auch kein... Und auch kein, ähm... Es gibt kein Itemraum und es gibt kein Shop. Deswegen ist eigentlich mein einziger Wunsch jetzt relativ schnell den Boss finden. Beziehungsweise die beiden Bosse. Wie gesagt, es ist in der XL-Ebene. Deswegen gibt es hier am Ende auch zwei Bosse. Und wir haben sie sogar gefunden. Ah, das freut mich. Ja, die werden wir da auch direkt besiegen gehen, weil... Wir nicht mehr... Wir können uns nicht mehr großartig verbessern. Also ein Ding, was wir halt noch schaffen können, ist, dass wir... Mehr blaue Herzen bekommen oder vielleicht in Goldpisten HP-Ups finden oder so. Aber... Ja, wirklich krass verbessern können wir uns nicht mehr. Wir machen unfassbar viel Schaden und... Mit unseren Fliegen sind wir sowieso mega overpowered. Jetzt hat, äh, Gishti... Ja, genau. Wenn Gishti, äh, mit dem Verlangserum... Äh, Verlangserum... Verlangserum... Wenn Gishti einschleimt, sodass sie langsamer wird, dann stürzt dieser Boss immer so ab. Seht ihr vielleicht. Naja. War jetzt nicht so schwierig, der Boss. Wir würfeln nochmal neu, haben nochmal einen Tears ab, was uns halt... Das ist einfach mega krass und, ähm... Dieses Item gibt schon da nur zwei blaue Herzen. Das ist jetzt, äh, Mutters Herz. Sieht nicht mehr ganz so aus mit dem Herz, weil... Wenn man das Thema besiegt oder so, dann wird's für Itlives. Und das ist halt nochmal ein bisschen stärker. Itlives, äh, ich weiß gar nicht genau warum. Ich glaub, weil Itlives, äh, hier Bosses spawnt und... Das normale Herz am Anfang nicht. Aber wir sind, wie gesagt, so overpowered, dass... Und das nichts ausmacht. So, dann kann man auch eine Bombe hier hinlegen. Haben wir jetzt weggekommen. Schade, aber egal. Da kommen die Masken, das sind immer relativ unangenehme Gegner. Ist aber nicht so schlimm. Haben wir auch gemeistert. Ihr seht es vielleicht oben. Wir machen so viel Schaden. Das ist aber nur der absolute Wahnsinn. Jetzt können wir uns entscheiden, ob wir in die Hölle gehen oder ob wir in den Himmel gehen. In der Hölle ist dann quasi Ende. Da gibt's dann den... Also da gibt's auch nochmal eine Ebene. Und da muss man dann zu Satan. Und wenn man Satan besiegt hat, hat man quasi gewonnen. Oder man geht in den Himmel. Im Himmel gibt's, äh, den Kampf gegen Isaac. Und danach kann man dann auch weiterspielen. Und... Ja. Das werden wir jetzt auch angehen. Weil das, ähm, ja, der schönere Weg ist. Keine Ahnung. Ich geh lieber... Ja. Das ist halt... Man muss am Anfang den Teufel besiegen. Und, äh, zu Isaac kommt man ja später im Spiel. Das ist halt quasi... Ja. Weiß ich nicht. Hehe. Macht man halt einfach so. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist richtig scheiße. Auch wegen den Slowdowns und so. Aber... Ähm, ich, äh, hab mit Open Broadcaster noch nie aufgenommen. Ich glaube, ich muss in den Einstellungen, was die Aufnahme angeht, nochmal an den... An ein paar Sachen, das einstellen. Das wird an den Lex, äh, bei den Lex helfen. Wobei Isaac sowieso immer ein Spiel ist, was da so ein bisschen anfällig ist. Aber eigentlich Lex nur, wenn ich renne da. Das macht Sinn. Ähm, wir dürfen uns nicht so oft treffen lassen. Ach ja, was ich auch nicht erwähnt habe. Ähm, am Anfang hat uns jeder Gegner immer nur ein halbes Head Schaden gemacht. Hier in The Womp ist es jetzt so, dass, äh, uns jedes... Jeder Gegner, egal wer uns trifft, den ganzen Herz Schaden macht. Das ist natürlich dann auch nochmal... Nur nochmal schwieriger. Da wir die Karte haben, können wir jetzt, äh, gewisse Räume auslassen. Weil, wenn da der Boss wäre, würden wir das da sehen. Ne? Weil wir das dann sehen würden, auf der Karte und auch an der Tür. Deswegen wissen wir, dass wir da halt nicht rein müssen. Weil wir nur noch den Boss suchen. Ähm, ja, ich denke auch, dass ich den Part nicht nochmal aufsplitten werde, weil wir relativ gut vorangekommen sind. Und, ja, ich weiß nicht genau, wie lange ich noch werde. Wobei, er könnte am Ende nochmal ein bisschen sich langziehen, aber ist egal. Wer das jetzt noch guckt, der hat wahrscheinlich sowieso Spaß daran. Und dann machen wir jetzt einfach bis zum Ende durch. Wie gesagt, dass wir den, äh, äh, den Slowdown 6 mit dem Platz. Vielleicht, klar, ich weiß nicht, ob ich es hochladen soll. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wir gucken einfach mal. Wir gucken einfach mal, ja. Auf jeden Fall sind wir mega stark, das freut mich. Und, äh, warum konnte der über den Stein schießen? Wie, der hat normalerweise keine, ähm, ja, backbilltiert. Naja, wir haben so viel Geld, dass wir auch alle einfach nicht mehr benutzen können. Und wir hatten auch, wir haben auch keinen einzigen Arcade-Raum gefunden. Das ist eigentlich untypisch, weil, oh, wir kriegen viel zu viel Damage. Das war gerade echt schön mit den ganzen blauen Herzen, die wir hatten. Das Problem ist, dass wir jetzt einfach, wir werden beim Boss halt einfach echt, also schon einiges an Schaden einstecken müssen. Und, ich bin zuversichtlich, dass wir einzig noch besiegen können. Aber danach wird es dann schwierig, danach weiterzukommen. Ich habe aber auch hier wieder echt alles mitgenommen, ne, was geht. Hm, okay. Hm, jetzt könnten wir hier dran spielen. Da können wir halt Herzen gewinnen, wir können alles gewinnen. Aber ich lasse es einfach mal, für den Spielfluss. Ja, im Grunde muss man an den Automaten echt oft spielen, aber... Ich lasse es jetzt einfach... Ich habe mich schon wieder treffen lassen. Das gibt es einfach nicht. Das gibt es einfach... Nein, das ist ein richtig scheiß Twinket. Habe ich darüber schon gesprochen, über die Twinkets? Ich kann das ganze Spiel jetzt auch nicht in 40 Minuten mehr klären. Ich muss auch ein bisschen mehr spielen und mich darauf konzentrieren, dass ich jetzt hier nicht sterbe. Und, ja. Wir sind jetzt bei Isaac, der macht hier ganz viele Tränen. Das ist halt immer ein bisschen schwierig. Es gibt so... Ja, der Meat Boy greift ja um uns rum. Das ist ein defensiver Begleiter quasi, der um uns rumschwebt. Das Gute an dem ist halt, dass der abfahren kann. Und es gibt auch noch andere. Es gibt Fliegen, die auch um uns rumschweben können. Die das dann halt auch machen. Und wenn du richtig viele davon hast, dann bist du hinter bei Isaac so, dass du halt einfach stehen bleiben kannst. Und dann trifft er dich nicht. Ja. Dann kannst du ihn quasi tanken. Das ist für alle, die jetzt was damit gemeint ist. Hier ist es jetzt nicht so. Wir wohnen jetzt hier schon... Ein paarjenigen... Ja, wir wohnen jetzt hier schon öfters getroffen. Das ist halt, wie gesagt, nicht so gut. Auf der anderen Seite ist der... Ich finde Blue Baby fast sogar schon ein bisschen leichter. Das ist jetzt hier die letzte Ebene, wo wir sind. Hier gibt es auch überall nur noch Items. Ähm... Jetzt überlege ich gerade. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Das Relikt macht auch, dass mehr Herz... Ich glaube, alle fünf Räume sphörten Blaues Herz. Das ist eigentlich scheiße gewesen. Weil wir gar nicht mehr so viele Räume machen wollen. Aber naja, egal. Ähm... Das unten ist Kamikaze. Unten links. Das sprengen wir uns quasi selbst in die Luft. Kriegen ein Herz Schaden. Machen aber ein bisschen Damage. Das lohnt sich nicht. Ähm... Das ist so eine Art Bombe. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ich überlege, ob ich das mitnehme. Äh... Ich überlege, ob ich das auch mitnehme. Ich bin aber... Wenn ich jetzt neu würfel, dann ist halt die Frage, ob ich einen Spacebar jetzt bebrauchen kann. Äh... Okay. Wir haben Blast Damage. Das heißt, Bomben machen mehr Schaden. Wir haben das Celtic Cross. Da haben wir... Wenn wir Glück haben... Wenn wir Glück haben, dann... Können wir... Kriegen wir ein Schutzschild. Und... Hier sind in den Räumen halt nur noch... Bosse. Oder so Mini-Bosse. Hier sind halt jetzt drei Mini-Bosse. Das ist einmal los. Das sind wie so kurz. Und ich weiß gar nicht genau, wo wie der Bombermensch steht. Naja. Eigentlich müsste ich den Lauf hochladen. Einfach nur, weil ich so... Weil ich so unfassbar overpowered bin. Wie gesagt... Das Einzige, was echt fehlt, sind die Herzen. Das Einzige, was fehlt, sind die Herzen. Wir könnten hier dran spielen, damit wir noch ein paar blaue Herzen kriegen. Aber... Oh. Hat er die Geduld. Das ist halt die Sparge. Oh, scheiße. Ich war halt... Ich hab halt jetzt gesehen, dass da unten kein... Kein Boss ist. Deswegen bin ich da jetzt direkt wieder weg. Ja, das... Äh... Führt dazu, dass wir fliegen. Aber wir können ja schon fliegen. Deswegen brauchen wir... Wir können es einsammeln. Aber... Das bringt uns halt nichts. ne? Als Ge-Guppi können wir übrigens auch fliegen. Also die Katze kann auch fliegen. Ja. Weil man... Warum ist halt einfach so? Wohl gut, gerne erst richtig fliegen. Äh... Die Slowdown sind... Ja, prinzipiell eigentlich immer... Also... Ach, scheiße, Mann. Ich bin echt stark. Ja, ich bin echt stark. Von daher... Ich habe durchaus Chancen noch bei... Bei... Beim Blue Baby. Also beim letzten Boss. Es ist auch eigentlich besser, wenn man... Okay, der Raum ist relativ einfach. Wie gesagt, was ich sagen wollte. Die Slowdowns sind prinzipiell eigentlich ganz gut. Weil dann hast du mehr Zeit zum Ausweichen. Aber für eine Aufnahme sind die natürlich echt störend. Vielleicht schreibe ich dran. Achtung. Slowdown lastig oder so. Einfach nur für die, die Lust haben, es zu gucken. Äh, da müssen wir jetzt auch nicht reingehen. Weil wir wissen, dass darum nicht der Boss ist. Das bedeutet, wir müssen jetzt wieder ganz nachts da links rüber wahrscheinlich. Das ist ein bisschen doof, aber... Ah, Monstrous Zahn ist halt echt nicht so... Unfassbar. Ja, Schubdarwub ist auch ein Spacebar-Item. Bringt uns aber auch nicht so viel. Oh, Mann. Ja, die Feuer schießen, Mann, traufe uns. Das ist ein bisschen doof. Das ist eigentlich... Ja, das ist eigentlich ein einfacher Gegner. Ja, das sind halt alles jetzt Brosse, ne? Das ist... Der hätte uns auch in irgendeiner Ebene als Boss-Gegner begegnen können. Äh, ja, guck, das sind jetzt keine Bosse. Aber meistens sind die halt Bosse. Manchmal auch zwei oder so. Äh, es gibt ja auch nur noch... Ach, so... Das macht irgendwelche komischen Effekte mit unserem Dreh. Okay, das sind zum Beispiel zwei Reiter. Das sind eigentlich zwei, ja, einzelne Bosse, die wir jetzt zusammen hier in einem Raum haben. Was ich mich immer frage, vielleicht weiß es ja jemand, falls jemand zuguckt, was ich mich immer frage ist, haben diese Bosse in diesen Räumen hier genauso viel Leben wie auch als letztendlich Bosse oder... Also, wie sie als Boss-Gegner vorkommt. Versteht ihr das? Wenn der jetzt in einem Boss-Raum vorkommt, hat er dann im Boss-Raum mehr Leben? Ich glaube, nämlich schon, ja. Ich weiß nicht genau, wie ihr das jetzt verstanden habt, aber... Ich glaube, es wird gefragt. So, letztens ist da der Gegner, der Boss-Gegner. Oh, wir kriegen aber Schaden. Scheiße, habt ihr ein blaues Herz? Wahrscheinlich. So, einfach... Oh, nee, jetzt seht ihr, was das Taddy Cross macht. Wir haben jetzt einen Schuttschild für eine gewisse Zeit. Das ist halt relativ stark. Das Polaroid gibt uns die Eigenschaft, dass wir einen Schuttschild kriegen, wenn wir nur noch ein halbes Herz haben. Deswegen ist es eigentlich relativ sinnvoll. Jetzt gewinnen wir das. Skepular, was wir gerade eingesammelt haben, führt dazu, wenn wir auf ein Herz fallen oder ein halbes, dann kriegen wir ein blaues Herz dazu. Einmalig in dem Raum. Ähm, glaube ich. Und, ja. Das bedeutet, wir haben jetzt zweimal den Polaroid-Effekt. Das sollten wir schaffen. Das ist das Blue Baby. Ähm, ich versuche trotzdem ein bisschen auszuweichen. Der ist im Grunde wie Isaac, nur spawnt der Fliegen. Zwischendrin. Was jetzt nicht das allergrößte Problem ist. Vor allen Dingen mit dem Backshot, weil da erwischen wir die auf jeden Fall. Und der macht, ja, sonst, wie gesagt, der macht, glaube ich, nicht ganz so viel. Ne, nur die Isaac, bin ich ganz sicher. Ne, ich denke nicht. So, dann haben wir erst einmal ein Schutzschild. Wegen wir mal eine Brombe hin, haben wir es weggeschossen. Müssen auffassen, dass das Schutzschild ins Zweck geht. Wobei, wenn wir jetzt gleich getroffen werden, haben wir halt wieder ein Schutzschild vom Polaroid. Das war gerade das Schutzschild vom Celtic Cross. Jetzt haben wir nämlich das Schutzschild vom Polaroid. Und wir haben ein blaues Herz dazu bekommen. Und dann haben wir es geschafft. Es war relativ einfach. Konnte uns eigentlich nichts passieren. Weil, wenn wir das blaue Herz durch Skepula, was wir gerade im Vorraum gefunden haben, haben wir das blaue Herz bekommen. Weil wir halt auf ein halbes Herz runter sind. Und wir hatten ja den Schutz vom Polaroid. Und wenn wir jetzt nochmal getroffen worden wären, hätten wir ja wieder ein halbes Herz gehabt. Dann hätten wir zwar kein neues blaues Herz bekommen. Aber wir hätten wieder einen Schutz vom Polaroid bekommen. Das heißt, relativ lange, ja, unser Schutz. Und weil wir so viel Damage gemacht haben, hat es locker gereicht. Ja. Das war jetzt ein Lauf in 49 Minuten. Ähm. Ja. Weiß ich jetzt nicht so genau, ob man sich das angucken kann. Weil jetzt wahrscheinlich, ja, ich weiß auch nicht. Die Slowdowns waren halt kacke. Da muss ich nochmal dran basteln. Vielleicht lade ich ihn trotzdem hoch. Ich wünsche euch, wenn ich ihn hochgeladen habe. Und dass ihr hier noch mal guckt. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Und, äh, ja. Tschüss.